Für die Atheisten bedeutet es sehr viel. Für alle, die nicht mehr an die Kirche glaubten, bedeutet es sehr viel. Das jahrtausendlange kapitale Gewaltunterdrückungssystem konnte nicht mehr weiter gehalten werden. Die Spannung ist vorbei. Ein Mensch hat sich entschieden, aus diesem kapitalen Gewaltunterdrückungssystem unter dem Deckmantel Glauben unter der Marke Jesus Christus GmbH die Geschäfte zu tätigen und die Menschen so in dieser Welt zu führen, hat seit gestern den Anfang des Endes genommen. Amen. Amen. Amen.